Ne, Mission Blister-Mungler. Ruf Volkan und ruf sie und lade sie auf den Tater. Okay, ich komm zum Afterlife und hol dich ab. Hat dich ne Crew als Köder benutzt? War das ein Kompliment? Du siehst anders aus. Versuch's nochmal. Vielleicht wird's dann was mit dir. Na klar, bin bald da. Verdammt wie, er ist genial. Ich kann's hören. Was meinst du, Atemraum findest du nicht? Ne, ist Zeit noch schicke, komm mal vorbei. Lass mal nochmal ein bisschen aufmutern. Jo. Bereit. Bin nur der Chauffeur. Fahr'n wir. Ist Silver Pixel Cloud dein Lieblingsort? Früher mal. War aber ewig nicht da. Drive-Ins sind schon ewig nicht mehr im Tramp. Aber Silver Pixel gibt's immer noch. Klingt nach einem guten Ort für ein Date. Fand ich auch. Deshalb wollte ich mit Johnny herkommen. Vor einer halben Ewigkeit. Ja. Es war nicht seine Idee? Als ob. Romantisch war für ihn Arasakas Hauptquartier hoch zu jagen. Hehehehehehe. 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 Okay, V. Sag mir, was los ist. Im Ernst. Was meinst du? Johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken. Also, was will er diesmal? Er hat sich verändert. Er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen. Kein Haken. Keine Sprüche. Kein Ballast. Na gut. Dort war nur ein Fahrrad. Nein, die Hütte. Ich muss das verarbeiten. Ein selbstloser Johnny Silverhand. Du scheinst einen guten Einfluss auf ihn zu haben. Fuck. Ich glaub's ja nicht. Ist wirklich lange her. Die haben das Ding echt zugemacht. Wie? Versuch reinzukommen. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut. Dann los. Ich guck zu. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut. Dann los. Ich guck zu. 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 Okay. Okay. Benutzern. Anlöschen. Die Falt ist no, 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 no. Okay. Was soll das denn da sonst sein? Jetzt. Gut gemacht. Doch, no, 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 no. Genau da wollte ich mit dir hin. Vor über 50 Jahren. Okay. Sehen wir uns den Projektor an. Mhm. Der Eingang ist gleich hier. Ach, danke. Welchergeil.com. Okay, hab den Projektor gefunden. Mal sehen. Weißt du, wie man den wieder zum Laufen bringt? Gleich sehen wir es. Sieh mal. Zuletzt gespielt, Bushido 10. Perfekt. Bushido 10. Wie? Wir sind in einem Drive-In. Der Film interessiert dir absolut keinen. Ich will nur Hintergrund rauschen. Bisschen Blut, Titten und Gemetzel. Mehr mich. Dann wird Bushido liefern. Okay, wie? Dann muss Hoshi. Ich übernehme jetzt. Viel Spaß hierbei. Viel Spaß hierbei. Hm. Das hier sind die besten Plätze. Komm rauf. Oh. 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 Super schön. Da hast du dir den Abend vorgestellt. Hast du dir den Abend so vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino gehen. Hm. Ich dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja? Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Arsch du bist. Ich mag die Popfer 2077. Aber ich mag die 2077 Rogue. Eine viel schlechtere Version. Okay. Es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Alles tun, um dich nicht zu verlieren. Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren. Johnny. Ich. Hey. Hey. Was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... Und so. Was war's? Nicht wegen Grayson? Sicher, dass es nicht wegen Grayson oder Smasher ist? Bitte? Was hat denn Smasher mit irgendwas zu tun? Ich habe das Gefühl, dich beschäftigt noch was. Tut es auch. Ich bin wütend. Enttäuscht. Aber ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Ich habe das Gefühl, du verschweigst mir was. Ich habe das Gefühl, du verschweigst mir was. Johnny. Ich verschweige dir eine ganze Menge. Aber wir haben nur diese Nacht. Mehr als ich erwartet hatte. Mehr als ich mir träumt hätte. Ich habe nicht viel Zeit und dieser Körper ist nur geborgt. Aber ich bin hier. Oh. Ich bin hier. Oh. Dass ich aus sheetsack. Oh. 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 Johnny, ich kann nicht. Es wäre nicht fair. Verstehe das. Ich verstehe das. Nein, tust du nicht. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch die Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahr alleine zurück. Rogue! Fuck! Übergelaufen, ne? Rogue ist weg. Ja. Ist wohl nicht gut gelaufen. Lief wohl nicht so toll. Nein. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sag mir nicht warum. Ich wollte sie provozieren, vielleicht lag es daran. Ich muss nachdenken. Bring mich erst mal nach North Oak. Gibt es dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Wir sind doch ja schon in North Oak. Carrie, ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Hey, bist du in North? Dancing with my Ex.